Und deshalb seid ihr gefragt und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar Vorschläge so in die Kommentare schreibt, was ich so auf meinem Kanal bringen kann in Zug. Hey Leute und willkommen zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Es geht auch schon los. Und zwar heute mal mit einem wichtigen Thema am Start. Und zwar geht es um das Thema. Und zwar geht es um das Thema, dass ich im Moment einfach keine Ideen habe, was ich so bringen soll. Und deshalb seid ihr gefragt und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar Vorschläge so in die Kommentare schreibt, was ich so auf meinem Kanal bringen kann in Zukunft. Denn ich würde halt schon gerne ein paar mehr Videos machen auf meinem Kanal. Das heißt, so jeden dritten Tag oder so ein Video rausbringen. Nur leider ist es halt nicht möglich, wenn man einfach keine Ideen hat, was man so bringen soll. Und am Ende kommt es immer auf so eine Runde Kurski raus und das will ich halt einfach nicht mehr. Und deshalb würde es mich einfach freuen, wenn ihr mal echt ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben könntet. Und die könnt ihr auch gerne hochliken, wenn euch das Spielmodel so gefällt. Deshalb würde es mich einfach freuen, wenn ein paar Kommentare da zustande kommen. Den da würde ich mir gerne holen. Habe ich? Nice. Wie gesagt, meine Videos werden auch nicht allzu lange sein. Das heißt, so lange wie das Video ungefähr. Außer natürlich, das Video kann länger sein, dann werde ich das Video auch länger machen. Und leben auch noch fünf Spieler. Jetzt nochmal vier. Und den könnte ich mir eigentlich holen. Den habe ich. So. Okay, dann sind wir im Dam. Wir haben den leider nicht mehr bekommen vom Dam. Dann gehen wir einfach auf den da, weil der einfach anders deckt ist und den Holzwert hat, glaube ich. So, dann sollte... Ne, er hat den Steinschwert, okay. Aber wir haben ihn. So, jetzt ist der Typ wieder da. Aber den sollten wir auch bekommen. So, Leute. Die Runde war eigentlich ganz intens und dann würde ich mich einfach über einen Like freuen und dann würde ich sagen, Leute, schreibt mir echt ein paar Vorschläge in die Kommentare, was ich so bringen soll. Und dann würde ich sagen, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann würde ich sagen, Leute, ciao.